Und dann ist es gut, ne? Irgendwo hab ich mal gelesen, die machen noch einen Teil. Werner. Werner? Ja. Jetzt. Ich weiss, das ist aber nicht mehr ruhig gewesen. Aha. Wir haben hier neu. Ich hab mir gedacht, das ist Abschluss, das ist nicht gewesen. Wann war der letzte Film? 2003? Oder was? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub auch, wie der so Teil echt Film-Teil-Zeichen drückt. Wann sie schon? Hm. Aber die Hand ja nimmst du. Nein. Nee, das stimmt nicht. Der eine war noch gut. Wo sind sie? Oh, ein Steinkiel. Das müssen Flachkörper gemacht haben, da. Das war doch irgendwo. Kroatien oder so, ne? Korsikai. Ach, Korsikai. Ah, stimmt ja. Der war noch gut. Mit dem... König. Schnell gib Enger noch. Ja. Ist da was gedrückt? Oh. Oh. Boah, der hat's drauf. Der hat's gut. Wollte schon wieder das Knöpfchen drücken. Na, was ist denn da noch so? Da fliegt einer. Oh, nach oben. Oh, nein. Bisschen durch schon, bitte. Ne, aber ich hab ihn mal wieder verlaufen. Das war nicht. Schaut auf, wie ich muss. Ich bin schon da. Ja. Oh, da läuft drin. Die Hockies? Oh, falsch. Falsch. Äh, war da noch einer? Ja. Oh. Du, w- f- fies für dich bist. Na ja, ich hab' läge, dass die, äh, klare Alarm auslösen. Ja, ich weiß eh nicht, ob das jetzt... Ey, kümmer mal her. Warte. Aber du forstest diese Käsereibe, oder? Das stimmt, ja. Ist ja trotzdem Alarm. Hey, ich hab jetzt nicht aufpassen. Feuer abgelegt durch die Käsereibe. Die Käsereibe, ja. Böse Käsereibe. Wann kommt Borderlands? 13. September. Ähm. Im Epic Store. Ist das wirklich der Hindernis? Was? Im Epic Store. Epic Store? Hm. Was für 30. 13. 13. Ach, 13. 9. Ja. Sechs Monate später. Sechs Monate. Ja. Ei, ei, ei. Deswegen... Was denn? Oh, glaubst du, die man schon im Epic Store dann holen, oder? Oh, denke ich. Oh, da ist eine Lila nach. Das ist nur dort, dann gibt's das ja nicht, weil... der Seite da, ne? Bitte? Fast to play. Das ist ja auch nicht wahrscheinlich der. Oh, da hab ich den von. 350 Gegner hab ich halt hier. Boah. Das ist die Maschine. Die Maschine rotiert total, ja. Und wenn du... Wann bist du? Wo bist du denn? Ach, wo kommst du denn? Nein, ja. Der wird der Rad aufhängen. Hm? Kapitän. Vor. Was ist vor? Drücken. Ah ja, der Kapitän. Öh. Ja auch nicht Die Mütze durch Die Nerven die sind Bisschen stark Ja, da bleibt schon wieder einer da oben drin Stimmt, den seh ich auch Die lassen halt Wollte halt auch mal ein wenig gucken Das war knapp Haha, toll, ich hing da irgendwo Na, ich hing nicht, aber Ich holte da gar nicht hin Aber du hängst trotzdem Na, aber ich hab die Frage, dass ich Dann oben freue ich Im Aufschlund Ja, knapp Oh, wie cool Eine Nachkoordination Ist das Dies hier war also die Mission noch nicht so Schwer Na, na Na Ja, stimmt Ach, komm mit der Wrecke Aber da müssen wir nicht lang Hoch? Oh nein, hoffen wir doch 10.000 Euro Moment Aber das scheint anscheinend wieder Hoffentlich ist das nicht die mit dem Endgegner, ey Die haben wir da schon mal Zu schwer war Wir brauchen einen anderen Planeten Oh, das ist glaube ich wieder so einer Oh, das ist glaube ich wieder so einer Oh, das würde man ja auch machen Klar, das ist doch die Oh, das ist doch die Die hat man doch schon mal Wir brauchen einen Die haben ihn Wir brauchen einen Wir brauchen einen Wir brauchen einen Der ist ja der Endgegner, wo wir Wir brauchen Wir brauchen Nö Das war Das war ja das letzte Mal was anders Das war eben so Rob oder Teil da war nicht so viel aus, oder? ja, du... der reportet sich ständig mit welchen Kollegen hier und der spielt sich ja weg ununterbrochen oh, 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 ich bin gleich durchgepinkt, gleich durchgepinkt, gleich durchgepinkt, gleich durchgepinkt, gleich durchgepinkt, gleich durchgepinkt, gleich durchgepinkt ich auch äh, warte, irgendwie mal zu kommen danke bitte, der ist unter uns jetzt bin ich fast hin du wirst uns mit einem Weg oder aneinander das ist ein komisches Schild ist schon weg ja, was ist denn? ich bleibe immer wieder mitten auf dem Schlachtbrett, einfach so? ah, ich der hat nicht mehr so viel ach man ich hoffe, dass ich wieder so kackkugel mitmache hey ich werde einfach weggeschlöder machen ich bin halt mit uns der macht sich immer wieder Schilder, aber komischerweise war mir lag gewesen und irgendwer schießt unverbrochen auf mich und irgendwer schießt unverbrochen auf mich wir sind eh zum evakuieren und extraktion extraktion ja wenn wir geblitzt dienst und dann wissen wir wohl nix der meinung, den hatten wir aber schon mal als gegen ab ich ju ich Ich hab's dringend was, oh! Was? So, das hab ich gerade enttüttet gekriegt Wieso schießt das die ganze Zeit auf mich? Egal, ich bin die ganze Zeit für den Kuchen um mich herum und ich sehe keinen mehr Gegner Oh! Looten! Oh! Mal schon! Hä? Ja? Ja, wir kommen Fertig! they won't be bothering us anymore let's get